Du musst eigentlich mal einsehen, dass du ein Problem damit hast. Wenn du vor 2 und 3 Jahren mit dem Poker angefangen hast, interessieren sie sich nur mit deiner Poker-Freunde und für dich selbst. Der Leiste ist dir total egal. Ich bin der Meinung, dass das heißt, nur weil ich mich ab und zu muss, wenn du zum Poker fährst, dann vermute ich dir das, ich werde spielfüßig. Du musst eine Therapie machen, ich fach. Du musst das nicht durchsehen. Du musst das nicht durchsehen.